Das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts gilt als Meilenstein, weil es das Verschieben der Klimaschutzmaßnahmen in die Zukunft untersagt hat. Das Abwälzen auf die kommenden Generationen darf damit nicht mehr möglich sein. Aber es reicht jetzt natürlich nicht nur neue Ziele zu setzen, sondern wichtig ist, was konkret passiert. Und damit sind wir bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Einfach nur zu sagen, jeder von uns ist im Einzelnen schuld, das reicht nicht. Wichtig ist, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt und die Unternehmen klimafreundliche Produkte herstellen. Entscheidend sind dabei gute Verbraucherinformationen, aber auch das Internalisieren externer Effekte, also die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen, ohne dass es damit zu einer sozialen Schieflage kommen darf. Das ist die Aufgabe für die nächste Bundesregierung, und wenn das über einen CO2-Preis gesteuert wird, dann müssen die Einnahmen auch komplett an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgegeben werden. Entweder über einen Klimacheck und oder über eine Senkung des Strompreises. Nur so gibt es eine Lenkungswirkung, die auch sozial gerecht ist. eine Lenkungswirkung, die auch soziale Gewalt ist. Vielen Dank.